Hallöchen ihr Lieben, ganz kurze Info, also wir streamen dann morgen wieder. Morgen, das bedeutet der 20. Oktober, das ist dann der Dienstag, ja genau. Und wir streamen diesmal so ab 20 Uhr und werden uns höchstwahrscheinlich die nächsten zwei Kapitel dann von Return One Way Trip vornehmen. Also wir spielen auf jeden Fall Return, aber ich meine mit höchstwahrscheinlich schaffen wir zwei Kapitel ungefähr, weil die wohl etwas länger sein sollen als die bisherigen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auf Twitch vorbeischaut, es hat letztes Mal sehr viel Spaß gemacht und ihr könnt es ja noch nachholen, ich habe es hier auf YouTube auch hochgeladen und dann könnt ihr morgen wunderbar einsteigen. Also, dann bis morgen!